Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Kann ich eine Schnellreise wenigstens Sinn machen? Nein, okay, warum auch? So, ähm, was war das hier? Postkutsche, alles klar, okay. Na dann, ab geht's. Pferd steht hier vorne. Dann würde ich sagen, steigen wir einmal auf. Ja, so, okay. Okay, okay, ab geht's. So. Auf geht's, würde ich behaupten. Tag. So, jetzt müssen wir nur keinen umreiten und das haben wir es. Also, außer Stadt zumindest raus hier, so viel weiß ich. So. Tag. Hallo? Willst du mich verarschen? So. Okay. Hier wieder schön an der Poststelle vorbei. So, da müssen wir auch gleich schon beim Lage sein. Lage sein. Lage sein. Wie konnte man die Karte nochmal erweitern? Äh, erweitert. Hier. So. Also, das wollte ich noch haben. Mit welchem paar mehr Details noch haben. Oder mehr auf der Karte sehen, besser gesagt. Das meinte ich. Das meinte ich eigentlich. Genau. So. Was war das denn? Ich frag am besten nicht. Irgendwie hat die Musik gerade keine Lust auf mich. Glaube ich zumindest. Deswegen hören wir gerade mit Sicherheit auch nichts. Da ist es nicht so gut. Tag. Wer du auch immer bist. Ich frag am besten nicht. So. Ach stimmt. Wir könnten mal kurz beim Pferd, ähm. Ja, den hier machen. So. Alles klar. Das ist vielleicht mal ganz hilfreich, ne? Ich sag's nur. So. So. Einmal anbinden. Was willst du? Was ist mit ihm? Oh, nee, danke. So. Obwohl, warte mal. Wir können ja mal ganz kurz hier, äh, Fortschritt. Geht das hier? Story. Da wollte ich hin. So. Was ist das hier? Das hier meinte ich. So. Ähm. Wir könnten das theoretisch alles nochmal machen, aber nein. So. Gut. Da sieht man wohl leider nicht, ähm, was noch alles kommt, oder? Nee. Gut. Hätte ja klappen können, ne? So. 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 Hey, Arthur. So. Was willst du? Ich habe mir etwas über ein train gesagt. Was hat er gesagt? Mary Beth hat etwas über ein train für die Wealthe Leute gehört. Ruhig durch die Scarlet Meadows, in der Nähe der Städte. Ja. Willst du mit dem Hilfe? Ich bin gar nicht sicher, ob es zu tun. Komm schon. In der Nacht, nicht zu schützen? Es ist perfekt. Ich habe es nicht gedacht. Stopp'n ein train, es ist ein Schmerz. Ich bin gar nicht sicher, aber was, wenn wir ein train für einen train zu stoppen? Na klar. Wir bekommen ein Wagen, mit etwas Flammable. Öl. Wir legen es auf die Straßen. Sie sehen es. Sie wissen, dass sie entweder müssen, oder sterben. Kein train-trieb will, dass sie sich selbst verletzt haben. Das ist... ...kindlich großartig. Für dich. Das ist eine richtige Idee. Ja, ich glaube, das ist die erste Mal, dass du einen von ihnen gehabt hast. Hör auf. Du kannst du den ersten Mann sein, zu haben, die Hälfte von einem Wolfen zu essen, und zu enden, um mehr Intelligenz zu sein. Also, wir tun es? Ja, wir brauchen ammunition, guns, das ist wirklich gefährlich, und ein Dynamite, um die Treppe zu öffnen. Ich habe die Suppe. Ich muss in die Stadt gehen, für Abigail, also. Nicht mal fragen. Du gehst uns einen Ölwagen. Ja, ich weiß nur den Ort. Sie gehen immer in diese Refinerei. Es gibt ein altes Schack über die Grenze, nach dem Ort von einem Ort genannt, die es hier nennt. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal nach hier auf den Weg. So. Wegpunkt ist gesetzt. So. Sag mal, wo ist es denn eigentlich? Ähm. Ach, da vorne steht er, aber ich wollte noch mal gerade ganz kurz was nachgucken. Nämlich folgendes. Ähm. Nächste Seite. Nochmal nächste Seite. Dann machen wir das hier einmal. So. Herr Matthews. Hallo. Mehr geht nicht, ne? Okay. Gut. Alles klar. So, dann holen wir uns das Zeug noch mal ganz kurz. Das dürfte ja nicht allzu lange dauern. So. Hier haben wir es doch schon. Ne, mit X. Entschuldigung. Das dauert jetzt halt wieder ein bisschen. Mal sehen. Wie viel das ist. Wie viel das ist. Wie viel das ist. Liegt hier vorne noch was. Liegt hier vorne noch was. Pfeile liegen hier noch. Ähm. Dürfe ich mal fragen, was das ist? Was ist denn hier? Wie viel das ist? Ich dachte, du wärst der Hörser. Du wärst der Hörser. Äh. Oh Mann. So. Alles klar. Dürfte ich ja mal durch. Dankeschön. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ähm. Und genau gesagt ist der Weg hier. So. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Alles klar. Ja. Puh. Alter. Oh Gott. Das ist nicht gut. Okay. Wir sind mit Sicherheit genug mit sich selber beschäftigt. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal. Und dann machen wir einfach mal weiter. So. Stimmt. Hier war diese eine Dingens. So. Wo wir pokern kann. Theoretisch. Machen wir aber nicht. So. Hier ist wieder irgendwas mit Fragezeichen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber ich glaube, weiße Fläche ist mit Fragezeichen. Ich weiß es nicht genau. Ach doch. Da steht Fragezeichen. Okay. Dann ist ja gut. Gut. Was war das hier eigentlich? Ja. Okay. Gut. Ich wollte nur mal fragen. Lalalalala. Lalalala. Lalalala. So. Ah fuck. Falsch Richtung. So. Hier wollte ich hin. So. Ich hoffe, hier ist jetzt grad keiner. Es wäre nicht so optimal. So. Wart ist denn hier rechts? Ja. 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 Äh. Okay. Ich frage am besten nicht. Ja. Ich komme später mal vorbei. Ich komme später mal vorbei. Das kriegen wir schon alles hin. Das dauert halt nur seine Zeit. So. Okay. Also es sieht schon schön aus, ne? Ich sage es immer wieder gerne, aber es sieht richtig schön aus. So. Ich glaube, der Zug ist gerade vorbeigefahren da. Deswegen kürzen wir mal ein bisschen ab. Kommen. So. Was soll's. So. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber hier vorne sind wir anscheinend schon da. Musik frischt irgendwie ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. So. Hier einmal hoch. Oh. Mensch, holst du denn hin? Alter. Ja. Also diese Steuerung ist manchmal so ein bisschen. Ja. Selber schuld. Jetzt halt doch endlich mal an, Mensch. Alter Schwede, ey. Oh, ganz ehrlich. Leck mich am Arsch, ey. So. So. Ich habe jetzt halt natürlich keine Ahnung, wo der ist, aber hier vorne ist irgendwas. Ja. Guck. Hier gehe ich lieber nicht runter. Das wäre vielleicht nicht so optimal. Ähm. So. Oh, Alter. Wie man sich so anstellen kann. So. Was ist das hier? So. Gönn dir. Ja. Ja. Ich bin Arthur. Good to see you. Why? You want rescuing again, dear? Haha. No. Ich habe ein Plan für dich zu machen. Oh, ein Plan wie die Blackwater-Ferry-Job? Oder wie du gehst, scoutingst und in der Abwehr? Dutch sagte, du warst ein großer Schmuck aus einem kleinen Baum. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich dachte, du warst ein schwerer Mann. Nicht einer dieser Mannschaft, der versucht, seine Reise zu retten. Ich weiß nur, dass wenn alles real ist, du wachst. Wachst du wachst. Wachst du wachst. Wachst du wachst. Wachst du wachst. Ich glaube, du wachst nicht mit mir, um die Banking-Koche zu retten. Das ist jetzt in der Strawberry. Ich habe gehört, dass einer der O'Driskel-Jobel-Jobel-Jobel-Jobel-Jobel-Jobel-Jobel-Jobel du und ich? Du wachst? Das ist das, was ich gesagt habe, nicht ich? Nach dir. Komm schon. Ich weiß, ein Überlooker, wo wir sehen, dass sie kommen kommen. Los geht's. Was machst du hier, wie ein verrückter Hermann? Ich kann genau nicht in der Stadt bleiben, kann ich? Und wie ich gesagt habe, ich nicht zurück nach Deutschland ohne eine Friedung. Also, was ist das Problem mit diesem Trainer? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es kommt über diese Zeit, jeden Tag, wie ich gesagt habe, der Ende. Ich meine... Wie viele Männer, Schäuern, Schäuern? Nichts ernsthaft. Es wird gut. Ich habe gehört, die Banken haben alle Trigger-Mann die können zu bekommen. Die schwerer, die besser. Du wachst zu viel. Entschuldige mich, wenn ich nicht völlig faithful in etwas, wie ein Old Driscoll sagte dir, als du halbierig in einer Schäuern. Er hat mich gebeten, zu sagen, wie sie es auf der Regulierung Das ist eine gute Leitung in meinem Buch. Die Schäuern sind alle jetzt. Die Schäuern haben die meisten von Big Valley gehört, dass sie eine große große Kirche in der Nähe. Wie Sie und Lenny enden hier, eigentlich? Sie wissen, wie es ist? Ein paar Schäuern, hier, hier, hier. Was Schäuern? Nichts, was Sie braucht, dass Sie sich immer Ich schaue immer meine Arbeit. Es interessiert mich wenn Sie uns in gefährlich und wir nicht verstehen, bis es zu weit ist. Wie die Bewegung du in Strawberry macht mich die ganze Stadt nur für Ihre Schäuern. Schäuern sie sind. Du musst ein bisschen loswerfen, Morgan. Loswerfen? Ich habe gesehen, dass du voll unverstanden mehr als einmal. Und du hast nur mit uns ein paar Monate. Wir werden überlegen oder überlegen Was ist getan, ist getan. Dann machen wir es. Okay. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich sage es nur. So. Wo will der lang? Oh, hier. Ist das eine Abkürzung oder was? Weil irgendwie sieht das hier nicht so sicher aus, wenn ich mal ehrlich bin. Müssen wir mal schauen. Mir ist kalt. Das ist nicht gut. Oh, Entschuldigung. Kleiner Schluck auf. Oh, schon wieder. Mann. So. So. Vielleicht hätte ich mir im Lager mal, äh, das Wärmere anziehen sollen. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich da bin. Okay. So. So. Hä, jetzt auf einmal morgen. Oh, okay. Schau. Hier sind sie. Jetzt auf Zeit. Bleib auf. Bleib auf. Komm schon! Ha, 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 ha. Riech! Äh, hier vielleicht mal. So. Okay. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen aufholen. So. Na komm. Ah, Mist. Äh. Nochmal. Na komm. Bisschen schneller hier. So. So. Kamera ist grad nicht so gut. Gut. Jetzt würde ich mal ein bisschen mehr Gas geben. So. Mist. Äh. Ich glaube einen habe ich. Die haben auch einen Reifen verloren. Zwei Räder glaube ich. Was war der denn? Äh. Oh. Okay. Ähm. Das ist vielleicht nicht so gut. Ähm. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich glaube das ist nicht so optimal. Ich sag's immer wieder gerne. Ich weiß nicht warum. Äh. So. So. Äh. So. Hallo. Mist. Ähm. Na komm. So. Oh. Da war was im Weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab's gesagt. Es ist nicht so gut. Das ist Spaß für dich. Na komm. Schneller. So. Oh Gott. Da ist ein Baum. Äh. Oh Gott. Da ist ein Baum. Wo ist denn? Hat er den jetzt? Ja. Oh Gott.